Ein Baby-Elefant im Kampf mit sich selbst. Im Zoo in Zürich filmten Besucher den kleinen Dickhäuter um Misha, wie er versucht, sich im Gehege fortzubewegen. Nicht ganz einfach. Doch sofort sind die Erwachsenen da und helfen dem Kleinen auf. Das war ein echter Schreck. Aber sobald er verdaut ist, steht für den Baby-Elefanten sicher die nächste Erkundungstour an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017